so der christian hat mich beauftragt weniger zu reden damit er mehr bilder zeigen kann und die folgenden bilder sind vom tag der offenen tür der feuerwehr essen der ja bekanntermaßen ich höre auf zu reden guckt euch die bilder an die der christian eingefangen hat viel spaß bis später so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.